Das ist die beste Geschichte, die ich je gehört habe. Wow, hast du das gesehen, Willump? Wirklich? Wir können uns alles wünschen? Wie wäre es mit... Ja! Wir essen deine Leibgerichte, Willump. Geröstete Greifosaurier, Kaulquappenpudding, Eier im Stiel, Steine, Meersteine, was auch immer das ist und... Ah, das lieber nicht. Oh, willst du einen Schneemann bauen? Puh, du hast recht, das war knapp. Ich hab's! Schneeballschlacht, das ist heute angesagt. Geht's noch größer? Größer und größer? Und größer! Lass uns in gefährliche Länder reisen, andere Abenteurer kennenlernen, Läuften helfen und die bösen Fieslinge besiegen, bevor sie anderen wehtun. Wir könnten Rejots größte Helden sein. Und boom! Der Tag ist gerettet. Äh, wenn wir doch nur mehr Wünsche frei hätten, Willump. Wow! Wow! Worauf warten wir noch? Los, Willump! Los! Oh, was, wenn wir Rüstungen hätten? Oder Elfen wären? Oder Zombies? Nein, warte! Roboter! Alle lieben Roboter! smack, spücch-stücher, ruck-stücher, ruck-stücher, trink-stücher! MBMCA